Willkommen zu einer Demonstration der Funktionen der Markup-Sprache LSML. Hier seht ihr den Programm-Code, der gerade vorgelesen wird. Aber bevor wir uns mit Code auseinandersetzen, kommen wir erst einmal zum Wesentlichen. LSML steht für Lecture Synthesis Markup Language und ist eine Sprache, um Vorlesungen visuell und audial, sowie Menschen und Maschinen lesbar, in Textform zu definieren. LSML basiert auf der hierarchisch strukturierten Auszeichnungssprache XML. XML als Grundlage zu verwenden bietet einige Vorteile, da es weit verbreitet ist, mit vielen existierenden Bibliotheken. Der größte Vorteil jedoch ist, dass bereits eine auf XML basierende Sprache existiert, welche Sprachsynthese ermöglicht. SSML, bzw. Speech Synthesis Markup Language, wurde von dem World Wide Web Consortium entwickelt, um die Aussprache von Texten zu definieren. Mittlerweile wird SSML von vielen Text-to-Speech-Diensten verwendet. Dazu gehören auch Amazon Polly und Google Cloud Text-to-Speech, welche in Lecture JS integriert werden sollen. SSML definiert bereits viele Elemente, die von LSML übernommen werden können. Aber da die Text-to-Speech-Dienste diesen Standard nur unvollständig und teils unterschiedlich implementieren, müssen einige Elemente durch LSML angepasst werden. Manche Elemente sind auch zu eingeschränkt für die Verwendung in LSML, weshalb diese entfernt werden. Diese Elemente werden durch neue Elemente ersetzt. Zusätzlich kommen noch weitere Elemente dazu, die die visuellen Aspekte der Vorlesung steuern. Dazu gehört zum Beispiel, welche Folie wann gezeigt wird, oder welche Einstellungen das Video haben soll. Die Herausforderung dabei ist es, LSML so einfach wie möglich zu halten und klatter zu vermeiden, um es auch nicht Programmierern zu ermöglichen, die Sprache zu verwenden. Die Tabelle sieht kompliziert aus, aber keine Sorge. Wir schauen uns jetzt kurz die wichtigsten Funktionen der Sprache an, und damit wird es hoffentlich gleich viel übersichtlicher. Jedes Dokument beginnt mit einem Lecture-Element. Dies ist das Wurzelelement und beinhaltet alle anderen Elemente, sowie den Text, der gesprochen werden soll. Es wird auch ein Deck-Element definiert. Dieses referenziert ein PDF-Dokument, was den Foliensatz für die Vorlesung enthält. Es können mehrere Foliensätze eingebunden werden, aber es muss immer mindestens einer vorhanden sein. Jetzt könnte man theoretisch schon seinen Text schreiben und diesen als Video rendern lassen. Das Beispiel hier würde wie folgt aussehen. Das wird gesprochen. Wie euch auffällt, wurde automatisch erkannt, dass es sich um einen Satz handelt, und dieser wurde ausgesprochen. Falls dies aber fehlschlägt, kann man explizit den Paragrafen mit dem P-Element und den Satz mit dem Is-Element definieren. Das ist aber meist nicht nötig und das Endprodukt ist oft dasselbe. Das wird gesprochen. Man kann die Seite wechseln mittels des Slide-Elements. Dieses definiert die relative oder absolute Seitenzahl, und der darauffolgende Text wird über der entsprechenden Folie gesprochen. Nun kann man mit diesem Element auch einfach den aktiven Foliensatz ändern. In diesem Beispiel werden zwei Foliensätze geladen. Der erste Foliensatz ist von Anfang an aktiv, und der zweite Foliensatz wird ab Zeile 8 angewendet. Das wird gesprochen. Das wird auf Seite 2 gesprochen. Das wird auf Seite 1 des zweiten Foliensatzes gesprochen. Um dem Vortrag Struktur zu geben, kann man auch Marker integrieren, mit denen man optional Kapitel definieren kann. Das ist die Einleitung. Das ist Kapitel 2. Natürlich kann man auch verschiedene Stimmen verwenden mit dem Voice-Element. Das ermöglicht es zum Beispiel einen Dialog nachzuspielen. Um das Gesprochene interessanter zu gestalten, kann man auch manuell Pausen einfügen und bestimmte Segmente betonen, wie in diesem Beispiel. Hören wir uns es doch einfach mal an. Hier wird eine Pause eingefügt. Und dieser Satz wird stark betont. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um die falsche Aussprache von Wörtern zu korrigieren. Zum Beispiel existiert das Sub-Element, welches es ermöglicht, einen Alias zu definieren. In dem Code-Beispiel wird hier das Akronym AB definiert. Jedoch wird stattdessen der Alias Alpha-Beta gesprochen. Alpha-Beta Man kann dem Geschriebenen natürlich auch zusätzlichen Kontext geben mit dem Say-As-Element. Dieses definiert, wie sein Inhalt interpretiert werden soll. In diesem Beispiel wird das Programm angewiesen, die Zahlen als Nummern aufzuzählen, anstatt 123 zu sagen. 1, 2, 3 L-SML ermöglicht auch das Einfügen von anderen Ressourcen, nicht nur Slides. Zum Beispiel ist es möglich eigene Videos zu drehen und diese dann mit L-SML einzufügen. In dem folgenden Beispiel wird ein Video für drei Sekunden abgespielt. Neben Folien kann man natürlich auch Bilder direkt in das Video einbinden. Mit diesem Code-Schnipsel hier wird ein Beispielbild eingefügt. Das ist ein Beispielbild. Das war die Demonstration. Natürlich gibt es noch mehr, aber das ist hoffentlich dennoch eine gute Übersicht. Zum Abschluss kommt noch eine kleine Melodie. Das war die Demonstration. Zum Abschluss kommt noch Nach Asia ins Hauptstadt. Ich weiß nicht du Cultural Production. Ich weiß nicht mehr, aber in zwei Jahren bei euch kulturen. Ich weiß nicht mehr, weiss nicht mehr,我 wie du sie in passo chasing. Man weiß, das ist ein cooles, wie machenצ karena recherch, das ist